Hey, was grüßt euch? Ich bin's der Michael Nikolaus, euer Barista Mauerhausen, Kim Gau. Ich habe euch heute einmal wieder etwas aufgebaut. Ich möchte euch heute ganz gern etwas zeigen. Und zwar, in einem von meinen letzten Videos haben wir die Aufheizzeit und den Aufheizmodus, den Fast-Hit-Up-Modus von der Profitec Go hergezeigt. Und genau dasselbe machen wir jetzt mit der Profitec Move ebenso. Ich schalte jetzt gleich mal die Maschine ein, ich schalte jetzt gleich mal die Stoppuhr ein, um den Fast-Hit-Up-Modus einfach ein bisschen herzuzeigen. Und während die Maschine aufheizt, kann ich auch den Rest erklären. Damit das alles sauber passt, ich habe eine Temperaturanzeige, wo ich meine 16, 17 Grad. Also die Maschine ist wirklich alles kalt. Ich schalte jetzt gleich einmal ein und ich schalte die Stoppuhr auch einfach einmal ein. So, und jetzt lassen wir die Maschine einfach einmal starten und ganz einmal aufheizen. Die zeigt jetzt erst einmal die Softwarestand an und jetzt ist es bei 15 Grad. Und melde auch da in dem kleinen Display, Heating-Up. Das ist ein dreizeiliges OLED-Display, das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Es gibt schon wieder unzählige Sagen und Mythen und Vermutungen über den Aufheizmodus, über die Aufheizzeit des Fast-Hit-Up-Moduses, ich wüsste schon. Und ich glaube, ich möchte es einfach einmal filmen und einfach einmal herzuziehen. Zur Profi-Tech-Move, da habe ich auch schon ein Vorstellungsvideo gemacht. Ich lade euch da sehr gerne ein, schaut euch bitte das Vorstellungsvideo an. Ich weiß, dass ich manchmal viel rede, aber es gehört einfach technisch erklärt und sauber vorgestellt. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, für das sind wir ja einfach auch Techniker. Die Maschine, die Profi-Tech-Move, befindet sich auch bei uns gerade in der Firma in einem Testmodus, in einem Langzeittestmodus. Die sollte jetzt auch eine ganze Weile schön da hinlaufen und dann werden wir auch dementsprechend da auch nochmal ein kleines Video machen. Die Profi-Tech-Move ist eigentlich die verbesserte, die erweiterte Version von der Profi-Tech-300, die es ja damals auch schon als, oder nicht damals, dieses Jahr auch als Dual-Boiler gibt. Und das ist einfach die, wie sagt man das jetzt nicht, die eierlegende Wollmilch sein, weil einfach die komplette Vollausstattung in dieser Maschine drin ist. Deswegen lade ich euch sehr gerne ein, schaut euch bitte das Video sehr gerne an, die Maschinevorstellung Profi-Tech-Move. Die Maschine ist, ganz kurz zusammengefasst, eine wahnsinns Dual-Boiler-Maschine. Die hat also da hervorn, den Kaffeekessel, der direkt auf der Ring-Brühgruppe drauf ist. Das heißt, wir haben gesättigte Brühgruppen. Wir haben auch keinen Temperaturunterschied zwischen Kessel und Brüheinheit, weil der Kessel halt direkt an der Brüheinheit drauf ist. Sollte da ein kleiner Unterschied sein, kann ich das auch nochmal ausgleichen über das Menü, über eine extra Temperaturverstellung, wo man sich in den Geschichten auch nochmal ausgleichen kann. Also das ist wirklich eine ganz tolle Sache, was ich da halt alles einstellen kann. Hinterbei ist praktisch der Dampfkessel mit 0,7 Liter Füllvolumen und vorhin, wie gesagt, an der Brüheinheit mit 0,4 Liter Füllvolumen der Kaffeekessel. Was ist der Fast-Heat-Up-Modus? Ihr seht schon, ich bin jetzt da schon bei 77, 79 Grad, jetzt sind wir bei 2 Minuten 30. Das ist jetzt die Temperatur von der Dampfheizung. Man sieht es halt auch, gell? Das ist alles gut, wir lassen die Maschine einfach aufheizen. Es gibt einen normalen Aufheizmodus und einen Fast-Heat-Up-Modus. Der normale Aufheizmodus dauert schon eine Viertelstunde, 20 Minuten, weil die Maschine ganz normal einfach aufheizen tut und mit dem Fast-Heat-Up-Modus heißt es, also es steht zumindest drin, irgendwo zwischen 9 und 10 Minuten und das wollen wir jetzt einfach gleich heute mal ein bisschen austesten. Wo ist denn da der Unterschied? Im normalen Heizmodus müsst ihr euch das so feststellen, die Maschine heizt ganz normal auf und hört aber bei gewissen Temperatur einfach auf, also Vollgas zum heizen, also mit 100 Prozent, sondern taktet dann die Heizung einfach so stückelweise, damit sie sich praktisch von unten an die eingestellte Brühtemperatur hin nähern tut. Das dauert ein bisschen, weil die natürlich auch takten muss, dann braucht die ein bisschen Zeit, dann müsste der Temperatursensor, und dann taktet die wieder ein bisschen weiter. Das ist alles gut soweit und dann ist das alles gleichmäßig warm und das passt super. Dauert halt natürlich ein bisschen länger. Ganz kurz, 3 Minuten 30, Dampftemperatur sind wir 90 Grad. Im Fast-Heat-Up-Modus ist es so, dass die Maschine die Heizungen mit 100 Prozent da richtig reinfahren tut. Und zwar ist es eine gewollte Überhitzung, zum Beispiel hier da vom Kaffeekessel, damit wir da eine gewollte Überhitzung vom Kaffeekessel auf 120 Grad, das heißt wir haben im Kaffeekessel 120 Grad, durch die wesentlich höhere, durch diese Überhitzung, erwärmt man vorne diese Ringbrühgruppen, das ist ja auch Messing massiv, wesentlich schneller als wir mit 90 Grad. Das heißt, damit überhitze ich die Maschine, ich erreiche eine schnellere Aufwärmphase oder Aufwärmung der Brüheeinheit und ich tue anschließend, kriege ich eine Meldung von der Maschine, tue dann praktisch mit meiner Flaschentaste, mit der Spülentaste, die Brüheeinheit, den Kaffeekessel wieder auf die eingestellte Brühtemperatur runterkühlen, habe also damit die Brühgruppen geflasht, die Brühgruppen einheitlich, schöne Temperatur gekriegt und bin also damit wesentlich schneller. Also dieses Fast-Heat-Up-Modus, kurze Überhitzung, Flaschen auf die eingestellte Brühtemperatur, ist eigentlich eine ganz quantisch coole Sache. Und man gespannt eigentlich, dass sich die Herren von Profitec da einfach ein bisschen was überlegt haben. Und das sind wirklich, wie sagt man das, Entschuldigung, das sind wirklich Sachen, wo du sagst, die hat jemand in der Küche daheimstehen und der eine schaut das Professional Barista an, wie ich zum Beispiel, meine Frau schaut es schon wieder ganz anders an, weil die halt nicht Professional Barista ist. Und wenn man da in der Mischung beides versucht, reinzubekommen in diese Maschine, in diese Funktionen von der Maschine, bin ich doch super dran. Das heißt, das sind ganz viele Verbesserungen, die halt auch erstens plausibel sind und auch in der Praxis wirklich komplett nachvollziehbar sind. Ihr wisst, wir sind Techniker, wir erklären da sehr gern technisch. Und wenn ich es technisch erklären kann und wenn es wirklich physikalisch auch so nachvollziehbar ist, dann hat die Sache einfach 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 Hand und Fass. Kurzer Zwischenstand, wir sind jetzt bei 5 Minuten 30. Und wir haben jetzt da eine Dampftemperatur von 130 Grad. Passt einfach, gemeint, jetzt kommt das, kommt dann jetzt gleich einmal so daher. Eigentlich schaut das schon gar nicht so schlecht aus. Die Maschine hat hinten einen 3 Liter Wassertank, so groß, dass ihr auch mit den Händen reinkommen könntet und den auch alles sauber machen könnt. Die Maschine hat, also die Profitec Move, die ganz neue Profitec Move, hat also dieses amerikanische Nussbaumholz mit dabei, die hat Edelstahl natürlich, ist ja ganz klar, allerdings nicht verspiegelt, sondern tatsächlich matt poliert. Und das finde ich schon richtig, das ist schon richtig edel. Also es kommt vorbei, wir haben es bei uns im Showroom stehen, wir können es auch jederzeit einschalten, herzeigen, überhaupt kein Problem. Ich finde es cool, schaut klasse aus. Von den Funktionen her ist es auch nochmal eine ganz schöne Geschichte, weil die halt einfach über dieses ganz kleine, dreizeilige Display ganz viele schöne Sachen zum Einstellen hat. Ich kann jede Brühtemperatur für jede Tastentaste so einstellen, wie ihr es gerne hättet. Ich kann die Präinfusion für jede Tastentaste auch so einstellen, auch wieder, wie ihr es gerne hättet. Ich kann auch an Temperaturunterschieden einstellen, falls es einen Unterschied gibt zwischen Kessel und Brühing-Brühgruppe, die hören ja aufeinander. Die Maschine hat ein Reinigungsprogramm drinnen, die hat einen Kalender drin, wenn sie sich einschätten dort, eine Reinigungserinnerung. Also die hat im Prinzip eine richtige Vollausstattung drin und das für einen Preis von knapp unter 2000 Euro. Eine Wahnsinnsausstattung, und das muss man auch gleich dazu sagen, in einer wirklich bärigen Qualität. Kommt vorbei, wir legen euch da nicht an. In der Richtung bin ich Maschinenbautechniker. Ich kann schlechte Qualitäten, wir reparieren seit 18 Jahren Kaffeemaschinen. Wir wollen keine schlechten Qualitäten haben. Wir wollen das auch nicht verkaufen, und wir wollen auch nicht euch eine Maschine verkaufen, wo ihr euch anschließend die Finger aufschneidet. Ich weiß, da reiht die gerne umeinander. Aber es ist halt auch blöd, wenn du sagst, du hast eine Maschine, und wenn du es putzen tust, dann trägst du halt damit ein Pflaster. Das gibt es bei der Profitec und auch bei der ICM natürlich nicht. So, die Maschine ist jetzt bei 130 Grad, ist noch im Aufheizmodus, wir sind jetzt bei 7 Minuten 30 G. Der Dampfkessel sitzt 134 Grad. Ich kann also da auch nochmal ein bisschen die Temperaturanzeige einschalten und ausschalten, während dem Aufheizmodus. Aber es ist eigentlich im Moment ganz chillig, es ist ganz easy, es läuft brav. Ihr seht es auch, ein Doppelmanometer, und das ist auch immer eine gute Sache, wir verkaufen ausschließlich Maschinen, die entweder ein Doppelmanometer haben, oder eben halt auch dieses Brühdruckmanometer, das ja damit integriert ist. Kesseldruckmanometer, der steht schon bei 2 Bar, also das heißt, wir sind da bei 134 Grad, also alles gut soweit. Und das untere Manometer, dieses da, das zeigt euch den Kesseldruck, äh, Entschuldigung, den Brühdruck in eurem Siebträger an. Das ist auch ein Malgrad, und ich glaube, dass das so ganz, ganz wichtig ist, weil es ja damit ja auch die Kaffeemühle einstellen wird. So, jetzt muss ich ausschalten, 8 Minuten 24, die Maschine zorgt da oben den Begriff Flasch an. Das heißt, die Maschine hat jetzt überhitzt, und jetzt ist es so, dass ich praktisch spülen tue, die schaddeich, 8 Minuten 24, Temperatur ist erreicht, also überhitzt. Ich drücke jetzt auf Flaschen, die Maschine flascht jetzt in dem Fall, und kühlt praktisch die Brüheinheit und den Kessel wieder auf die Brühtemperatur ab, er wärmt gleichzeitig den Siebträger und die Brüheinheit, hört auf, und dann ist sie soweit fertig. Jetzt passt, jetzt hat sie sich ganz kurzzeitig, weil sie ja noch einmal nachgefüllt hat, eben noch einmal ein kleines bisschen abkühlt in der Temperatur, aber ich bin einfach frei einsatzbereit, und wie gesagt, ich kann es euch nur zeigen, 8 Minuten 24 ist die gesamte Maschine heiß. Und genau so soll es doch eigentlich auch sein. Also, ich glaube, mehr da will herzuhören, kann man es nicht. Es gibt, wie gesagt, unzählige Sachen und Mythen, und ich möchte es nicht, dass es so Sagen und Mythen gibt, sondern lieber ist es mir, wir stellen es einfach hin, filmen es, stoppen es, und zeigen es euch halt einfach. Ich glaube, transparenter kann ich es nicht herzuhören. Bei Kesseltemperatur, die pendeln sich aber noch ein kleines bisschen ein, das sind auch noch so halbe Minuten oder sowas, von 88, 90 Grad, und Dampftemperatur von 133. Ich habe im Kaffeekessel jetzt auch Brühtemperatur von eben 89, 90 Grad, eben halt auch eingehen. Also, ich glaube, transparenter kann ich es nicht herzuhören, ich mag das sehr gern. Ich hoffe, euch gefällt das Video ein bisschen, ich hoffe, es bringt euch ein bisschen, ich hoffe, es ist ein bisschen informativ für euch. Wir freuen uns riesig drüber, über jeden, der Gefällt mir Druck, der uns wirklich gern abonniert, wir wollen in der Richtung sehr gern ein bisschen bekannter werden, weil wir Techniker sind und dass eine Maschine schön ausschaut, das ist allweil dem Kunden überlassen und da halten wir uns relativ zurück. Aber, wenn wir etwas technisch erklären, kann man erstens komplett nichts erzählen, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu erwähnen und wenn die Technik sauber passt, also das ist jetzt unser Part als Techniker, dann haben wir eine Maschine, die langlebig verbaut ist und das haben wir bei der Profitek definitiv. Ein Dualboiler mit einer Wahnsinnsqualität, da können andere Marken mit knapp unter 2000 Euro in der verbauten Qualität nicht annähernd mithalten. Ich glaube, das dürfen wir einfach einmal sagen, weil, kommt es vorbei, das ist so stabil und so schön gebaut, wenn es ist, machen wir einen Deckel auf, überhaupt kein Ding. Die Profitek Move ist ab Q1, das heißt, irgendwann im Januar, Februar oder sowas, ist die dann lieferbar. Es gibt schon sehr, sehr viele Vorbestellungen. Wer in diese Reihenfolge reinkommen möchte, kommt es bitte sehr gern vorbei, seid sehr gern willkommen bei uns im Showroom, machen wir vielleicht einen kleinen Termin aus, sagt es kurz Bescheid, schreibt es eine E-Mail und wir schalten euch die Maschine ein und wir zeigen euch natürlich auch alles an der Maschine. Vorbestellungen werden entgegengenommen, wie gesagt, die ersten Lieferungen fangen so Q1, Januar, Februar an, also so grob geschätzt jetzt einfach einmal, also das ist das, was wir auch vom Hersteller heute auch gekriegt haben. Es sind schon sehr, sehr viele Maschinen vorbestellt und die werden natürlich auch erst beliefert und danach wird auf Lager produziert und dann kann man einfach auch lieferbereit dementsprechend sein. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonnieren, ich würde mich sehr freuen, wenn es ihr gefällt mir, oder gerne das auch gerne teilen, wir wollen in dem Bereich sehr gern bekannter werden, wir können das auch gerne einmal in die Professionelle Schiene rübertesten oder sich eine Geschichte zeigen, aber in der Regel zeigen wir tatsächlich normale Erklärungen, auch so wie es für daheim ist, ich habe zum Beispiel drei Dichter, da muss die Maschine super passen und muss auch so reproduzierbar sein, dass das erstens der Fasted-Up-Monus in 8,5 Minuten die Maschine einsatzbereit ist, die Maschine wirklich schön läuft, ihren guten Kaffee-Espresso kriegt und wenn ich dann mir die Zeit nehmen will, zum Beispiel heute auf Nacht zum Beispiel mache mit den neuen Kaffeesorten, die wir gemacht haben, wo wir verschiedene Tests fahren, verschiedene Cup-Testings, entweder mit einem normalen Cup-Test oder auch tatsächlich mal in einem Feuer-Tomaten oder einem Siebträger, also das Real-Life-Experience einmal ausprobieren, sind wir da sehr, sehr gern offen. Schenkt uns da gerne eigentlich eure Ideen, eure Vorschläge, was ihr euch wünschen würdet, wenn wir alles soweit da haben, machen wir das natürlich sehr gern für euch. Wir sind die Baristomacher aus dem Chiemgau und wir freuen uns, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag und dann ganz herzlichen Dank. Servus!